Moin und hallo zu einer neuen Folge von Mindset Trader, deinem Podcast für Trading Psychologie und Trading Mindset. Mein Name ist Martin Radovcic und ich bin dein Trading Psychologie und Mindset Coach. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, um gemeinsam mit mir die faszinierende Welt der mentalen Aspekte des Tradings zu durchleuchten. In dieser Folge besprechen wir ein weiteres Thema aus der Community, das tatsächlich jeden erfolgreichen Trader betrifft, nämlich den Umgang mit Erfolgen, ohne dabei abzuheben oder der Selbstabotage zu verfallen. Ich behaupte jetzt einfach mal, wir alle kennen das Gefühl, wenn ein Trade perfekt aufgeht, dieses Adrenalin durch den Körper schießt und man sich unbesiegbar fühlt. Erfolg im Trading kann nämlich echt berauschend sein, aber er kann auch eine richtig gefährliche Falle sein. Wenn wir nicht aufpassen, kann dieser Erfolg uns in die Irre führen und dazu führen, dass wir unsere Disziplin verlieren, übermütig werden und schließlich alles, was wir aufgebaut haben, wieder verlieren. Ich zeige dir, wie du mit deinen Erfolgen so umgehen kannst, dass sie dir langfristig dienen, anstatt dich zu sabotieren. Wir werden über die psychologischen Aspekte des Erfolgs sprechen, die Risiken, die mit übermäßigem Selbstvertrauen einhergehen und konkrete Strategien durchleuchten, wie du diese Risiken minimieren kannst. Mein Ziel ist es, dass du nach dieser Folge nicht nur verstehst, warum ein stabiles Mindset im Trading so wichtig ist, sondern auch, wie du es in der Praxis umsetzen kannst. Trading ist viel mehr als nur Zahlen und Charts. Es ist eine riesenmentale Herausforderung, bei der dein Mindset den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmacht. Wenn du Lust hast auf regelmäßige Impulse zum Thema Trading-Psychologie und Trading-Mindset, dann abonniere jetzt den Podcast, um nichts mehr zu verpassen und lass dabei gerne eine positive Bewertung da. Auf meiner Website mindset-trader.de findest du neben meinem starken Coaching-Angebot zum Thema Trading-Psychologie und Trading-Mindset einen qualitativ hochwertigen Free-Content in Form der kostenfreien 5-Tage-Trading-Mindset-Challenge. Schau dir das auf jeden Fall an und jetzt geht's ab in die neue Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Also let's go! Erfolg im Trading ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist er ja wirklich das, wonach wir alle streben, der Beweis dafür, dass unsere Strategien funktionieren und dass wir die Fähigkeit und das Wissen haben, um im Markt zu bestehen. Andererseits kann Erfolg, wenn er nicht richtig gehandhabt wird, zu einer Quelle der Selbstüberschätzung und letztlich zur Selbstsabotage führen. Was bedeutet Erfolg im Trading jetzt eigentlich? Das kann für jeden Trader natürlich was anderes bedeuten. Für einige ist es der finanzielle Gewinn, die greifbaren Resultate auf dem Kontoauszug, die zeigen, dass sich die Mühe gelohnt hat. Für andere ist Erfolg eher eine persönliche Erfüllung, das Gefühl, eine Herausforderung gemeistert zu haben und kontinuierlich besser zu werden. Und dann gibt es noch diejenigen, die Erfolg daran messen, wie gut sie ihre eigenen Trading-Ziele erreichen, unabhängig davon, wie groß oder wie klein diese sind. Egal, wie du selber Erfolg für dich definierst, eines ist klar. Erfolg im Trading geht weit über bloße Zahlen hinaus. Er beeinflusst dein Selbstübertrauen, deine Motivation und letztlich dein gesamtes Mindset. Wenn du erfolgreich bist, setzt dein Gehirn Dopamin frei, ein Belohnungshormon, das dafür sorgt, dass du dich gut fühlst und mehr von dem tun möchtest, was diesen Erfolg und dieses gute Gefühl in dir ausgelöst hat. Diese Dopaminfreisetzung kann jedoch auch dazu führen, dass du deine bisherigen Strategien und Regeln dann vernachlässigst, weil du dich unbesiegbar fühlst. Stichwort Gier. Stell dir vor, unser fiktiver Freund Trader Tom hat einen ganz großen Gewinn gemacht. Ein Gewinn, der seine Erwartungen weit übertroffen hat. Die Euphorie ist groß, das Selbstvertrauen streikt. Und Tom fühlt sich endlich bestätigt in seinem Können und glaubt, jetzt endlich diesen Schlüssel zum Erfolg gefunden zu haben. In diesem Hochgefühl beginnt er, größere Risiken einzugehen, weil er überzeugt ist, dass er nun weiß, wie es geht. Die sorgfältig ausgearbeitete Trading-Strategie wird nicht mehr strikt befolgt und das Gefühl dieser Unbesiegbarkeit führt letzten Endes dazu, dass er immer waghalsigere Entscheidungen trifft. Doch, und du wirst es schon erahnen, genau hier lauert die Gefahr. Erfolg kann eine Illusion von Sicherheit schaffen, die dann dazu führt, dass du die grundlegenden Prinzipien deines Risikomanagements und deiner Disziplin vernachlässigt. Wenn Trader Tom jetzt in dieser Situation nicht richtig aufpasst, kann er schnell in so eine Abwärtsspirale geraten, in der die früheren Gewinne durch übermäßige Verluste wieder aufgezählt werden und ein Teufelskreis entsteht. Die psychologische Achterbahn, die mit Erfolg einhergeht, kann somit nämlich zu einem erheblichen Hindernis werden, wenn sie nicht bewusst und kontrolliert angegangen wird. Es ist total wichtig zu erkennen, dass Erfolg im Trading nicht nur dieses kurzfristige Ziel ist, sondern ein fortlaufender Prozess. Jeder Gewinn sollte als Schritt auf dem Weg zu kontinuierlicher Verbesserung gesehen werden und eben nicht als dieses endgültige Ziel. Die richtige Einstellung zu erfolgen kann dir dann helfen, auf dem Boden zu bleiben, sprich deine Emotionen zu kontrollieren und dich eben nicht von diesen kurzfristigen Höhenflügen blenden zu lassen. Hier jetzt auf jeden Fall noch ein Punkt, der wirklich ganz, ganz wichtig ist. Also jetzt, jetzt mal wirklich aufpassen. Es gibt ganz grob dargestellt im Trading zwei Arten von Gewinnen. Die strategisch basierten Gewinne und die zufallsbedingten Gewinne. Strategisch basierte Gewinne kann unser Gehirn, vereinfacht ausgedrückt, einem Plan zuordnen und diese Gewinne folglich dann auch einordnen. Zufallsbasierte Gewinne nicht. Bei zufallsbasierten Gewinnen ist die Emotion daher meist stärker und sie fördern Suchtverhalten. Denn ja, man kann Trading auch zum Spielen wie im Casino verwenden. Das wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit allerdings langfristig wie bei Spielern im Casino enden und glaubt mir, das will ganz sicher keinen. Ein weiterer Grund dafür, warum auch ein strikter Tradingplan und ein gutes Mindset so wichtig ist, dass man eben nicht in diese Falle tappt. Erfolge im Trading können, wie gesagt, eine sehr berauschende Wirkung haben. Dieser Adrenalinschub, den ein großer Gewinn auslöst, ist vergleichbar mit dem Hochgefühl, den man in anderen Bereichen des Lebens echt nur selten erlebt. Doch genau hier liegt rein aus diesem technischen Blickwinkel auch wieder eine Gefahr. Wenn du nämlich nach einem erfolgreichen Trade, in Anführungsstrichen, abhebst, kann das dein Urteilsvermögen trüben bzw. es wird dein Urteilsvermögen trüben und es führt zu Verhaltensweisen, die deinem langfristigen Erfolg schaden. Abheben bedeutet, dass du dich nach so einem Erfolgserlebnis überspitzt ausgedrückt unbesiegbar fühlst. Dieses übermäßige Selbstvertrauen kann dann dazu führen, dass du deine bewährten Strategien und Regeln vernachlässigst. Du fühlst dich sicher und glaubst, dass du den Markt geschlagen hast. Infolgedessen beginnst du größere Risiken einzugehen, ohne die potenziellen Konsequenzen vollständig zu bedenken. Und was kommt dann? Ganz genau, du gibst die Gewinne wieder ab und hast den nächsten Rückschlag erlebt. Selbstsabotage ist ein weiterer, echt gefährlicher Aspekt, der nach Erfolgen auftreten kann. Selbstsabotage bedeutet, dass du dich unterbewusst selbst daran hinderst, langfristig erfolgreich zu sein. Wieder ein ganz, ganz großes Mindset-Thema. Das kann verschiedene Formen annehmen, wie zum Beispiel das Übergehen von Handelsregeln, das Eingehen unnötiger Risiken oder das Festhalten an verlustreichen Positionen aus Stolz oder Hoffnung. Die Ursache für Selbstsabotage liegt dabei ganz oft tief in deinem Unterbewusstsein verankert und kann durch Ängste, Zweifel oder einschneidende vergangene Lebenserfahrung ausgelöst werden. Eine häufige Form der Selbstsabotage im Trading ist tatsächlich, du wirst es vielleicht sogar kennen, das Overtrading. Nach einer Serie von Gewinnen fühlen sich viele Trader motiviert, immer mehr Trades zu machen, in der Hoffnung, den Erfolg zu wiederholen und noch mehr Geld aus dem Markt rauszuholen. Doch genau diese Überaktivität führt dann zu Fehlentscheidungen und unnötigen Verlusten. Das Fiese ist, das bemerkst du mitunter aber recht spät in deiner Auswertung erst, also dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn man so will. Die Gier nach mehr Gewinn führt zu unüberlegten Trades und einfach einem erhöhten Risiko. Wie du bestimmt schon bemerkt hast, geht es auch wieder beim Thema Erfolg um das Thema Emotionen. Erfolg kann die Emotionen verstärken und zu extremen Reaktionen führen. Thema emotionale statt rationale Handelsentscheidungen. Du erinnerst dich. Emotionale Entscheidungen kosten Geld im Trading, rationale Handelsentscheidungen bringen Geld im Trading. Wenn du nach einem Gewinn euphorisch bist, kann dies dein Urteilsvermögen beeinträchtigen und dich dazu verleiten, impulsiv zu handeln. Nein, genau so kann ein Verlust nach einer Gewinn-Serie zu übermäßiger Frustration und emotionalen Entscheidungen führen, die halt nicht rational sind. Und da ist so diese Verbindung, die meisten Leute gucken immer nur auf die Verluste und sagen, ja, wenn ich einen Verlust erlebt habe, dann muss ich die Emotionen dazu verarbeiten. Aber bei Gewinnen ist es genau das Gleiche. Also auch wenn du einen coolen Gewinn gemacht hast, musst du auch mit den Emotionen umgehen können. Um diesen Risiken entgegenzuwirken, ist es super wichtig, dass du dir dieser psychologischen Mechanismen, die ich dir jetzt auch gerade beschrieben habe, bewusst bist und aktiv Maßnahmen ergreifst, um dich zu schützen. Disziplin und Selbstreflexion sind entscheidende Werkzeuge, um die Kontrolle über deine Emotionen und dein Verhalten zu behalten. Ein strukturiertes Trading Journal kann dir helfen, deine Trades und die dahinterstehenden Entscheidungen zu analysieren und Muster zu erkennen, die auf Selbstsabotage hinweisen. Es gibt echt mega viele bewährte Methoden, die dir helfen können, nach Erfolgen auf dem Boden zu bleiben und dein Trading Mindset zu stärken. Einige davon zeige ich dir hier auf, personalisieren und richtig für dich umsetzen können wir sie dann gemeinsam im Coaching-Prozess. Der erste und vielleicht wichtigste Schritt, um die Risiken des Abhebens und der Selbstsabotage zu minimieren, ist die Selbstreflexion. Also nimm dir regelmäßig Zeit, um deine Handelsentscheidung und die dahinterliegenden Gedanken und Emotionen zu analysieren. Ein Trading Journal kann dich hierbei echt super unterstützen und ist ein nützliches Werkzeug dabei. Also notiere dir nicht nur die technischen Details deiner Trades, sondern auch deine emotionalen Zustände und Gedanken während des Tradings. Durch das Führen eines Trading Journals kannst du Muster und Verhaltensweisen erkennen, die auf ein potenzielles Abheben, wenn man so will, oder auf Selbstsabotage hinweisen. Zum Beispiel könntest du feststellen, dass du nach einem großen Gewinn dazu neigst, größere Risiken einzugehen als normal oder deine Trading-Regeln zu lockern. Indem du diese Muster erkennst, kannst du gezielt Maßnahmen ergreifen, um diesen Verhaltensweisen entgegenzuwirken. Regelmäßige Reflexion und das bewusste Auseinandersetzung mit deinen Handlungen helfen dir, ein tieferes Bewusstsein für deine Entscheidung zu entwickeln und verhindern, dass du unbewusst in diese selbstsabotierenden Verhaltensweisen verfällst. Der Aufbau mentaler Resilienz ist ebenfalls super wichtig, um auch nach Erfolgen diszipliniert zu bleiben. Zum Thema mentale Resilienz habe ich auch schon mal einen gesonderten Beitrag gemacht. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Entwicklung von Routinen und Ritualen, die dir dann helfen, emotional ausgeglichen zu bleiben. Tägliche Meditation, Atemübungen, Achtsamkeitstraining, was auch immer zu dir passt, können dazu beitragen, deine emotionale Stabilität zu stärken und dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und dann wäre da noch die gute alte Disziplin. Also halte dich wirklich strikt an deine Handelsregeln und Strategien, auch wenn du erfolgreich bist. Setze klare Grenzen für Risiko und Gewinn und überschreite diese auch nicht. Feste Stop Loss und Take Profit Limits sind dabei essentiell. Je genauer du deine Trades im Vorfeld definierst, desto besser. Diese disziplinierte Herangehensweise wird dir auf jeden Fall helfen, übermäßiges Selbstvertrauen zu vermeiden und langfristig auf Kurs zu bleiben. Zudem kann dir je nach Persönlichkeit der Austausch mit anderen Tradern helfen, die ähnliche Erfahrungen und Herausforderungen haben wie du. Das hilft dir einfach, eine Perspektive oder deine Perspektive zu erweitern und neue Einsichten zu gewinnen. Und selbstverständlich hilft dir auch mein Coaching-Angebot weiter, wenn du lernen möchtest, ein mental starker Trader zu werden und deine emotionalen Herausforderungen am Markt zu meistern. Indem du diese Strategien, Selbstreflexion und Bewusstsein, mentale Resilienz, Disziplin und Unterstützung Community in deinen Trading-Alltag integrierst, kannst du die Risiken des Abhebens und der Selbstsabotage minimieren und langfristig erfolgreich und stabil bleiben. Lass uns jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Wir haben heute darüber gesprochen, wie du mit Erfolgen im Trading umgehen kannst, ohne abzuheben und dich selbst zu sabotieren. Erfolg kann viele Formen annehmen, sei es durch finanzielle Gewinne, persönliche Erfüllung oder das Erreichen langfristiger Ziele. Es ist super wichtig, Erfolg nicht nur als Endpunkt zu sehen, sondern als kontinuierlichen Prozess der Verbesserung und des Lernens. Dann haben wir die Risiken des Abhebens und der Selbstsabotage besprochen. Erfolg kann tatsächlich ein zweischneidiges Schwert sein, das dich leicht in diese Falle der Selbstüberschätzung oder zur Selbstsabotage führen kann. Ein bewusstes und reflektiertes Vorgehen ist echt entscheidend, um diese Risiken zu minimieren. Und dann habe ich dir die essentielle Strategie mitgegeben, die du jetzt anwenden kannst. Es geht dabei um Selbstreflexion und Bewusstsein, mentale Resilienz, Disziplin sowie Unterstützung und Community. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann ist jetzt wirklich ein sehr guter Zeitpunkt, ihn zu abonnieren und mir eine gute Bewertung dazu lassen. Ich freue mich riesig darüber. Wenn du dein Mindset jetzt aktiv angehen möchtest, findest du alles, was du dazu brauchst unter www.mindset-trader.de. Egal ob Trader-Persönlichkeitsanalyse, Coaching oder Mentoring, das Programm wird individuell auf dich ausgerichtet und ist dadurch maximal effizient. Es ist übrigens kein sinnloser Videokurs, sondern wir machen im Coaching immer 1 zu 1 Live-Sessions, weil aus meiner Sicht nur genau dieses Live-Coaching im Mindset den wirklichen Erfolg bringt. Ich freue mich von dir zu hören und zusammen mit dir deine mentalen Barrieren zu durchbrechen. Mega cool, dass du Teil der Mindset-Trader-Community bist und auch in dieser Folge wieder bis zum Ende dabei warst. Du wirst deine Ziele im Trading erreichen. Du schaffst das. Let's go, Mann! Ich wünsche dir wie immer eine sehr starke Trading-Woche und trade your Mindset!